Katak, ich brauch dein Messer. Schnell. Äh, warte. Wo ist es? Da ist es. Okay. Ah! Der wollte mein Messer haben. Da kommt schon der nächste! Oder ist das Fuhrdes? Ich war schon schießen. Achso, ja, wär da so einfach so ganz genüsslich. Fuhrdes! 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 Fang! Steif! Warum werft eigentlich einer so beschissen? Ich weiß nicht, ich kann in die A-Spiel nicht werfen. Ey, wisst ihr, was wir mal machen können? Hast du grad ein Messer auf mich geworfen? Werf das mal auf den Boden. Ja, okay. Au! Ey! Wir werden angegriffen, glaub ich. Ey, wer schießt auf mich? Okay. Erstmal Pistole wegwerfen. Oh, kacke! Oh, oh! Oh nein! Oh nein! Das war mein... Ah, scheiße! Hä? Kacke, ich wollte euch eine Granate aufwerfen. Ey! Ey, das ist... Tanzt für mich! Tanzt für mich! Ich kann ein One-Beam. Tanzt für mich! Tanzt für mich! Oh, ich hab deinen Fuß-Service. Alter, warum ist deine Hand so riesig? Hä? Was ist das? Wir hatten das Spiel schonmal. Ich hab mehr als genug hier drin. Nehmt euch! Bedient euch! Hier, kommt schon! Wisst du, ob man so sein Magazin leer machen kann, wenn man die ganze Zeit so macht? Ja, komm an! Hier, guck! Pew, pew! Okay, ich seh sie beide nicht rausfliegen. Bei mir fliegen die einfach hier auf und Weise einfach nur raus, die Kugeln. Ja! Da krieg ich auch da raus! Ich schmeiß grad die ganze... Hey, stand die! Das bin nicht ich! Hoho! Nein! Komm her! Komm her! Komm her! Oh Scheiße! Genau jetzt ist mein Magazin natürlich leer! Scheiße! Ahaha! Oh, Alter! Hey, willst du ein... Augummi? Ne M&M. Ich glaub, die kann ich nicht aufnehmen. Hier, willst du so ein... Theoretisch? Willst du ein Custom-Magazin haben? Ja. Leute? Ja? Ich hoffe, der Trick funktioniert. Flying Reload? Ahaha! Komm, wir... Wir lenken dich noch ein bisschen ab dabei! Hahaha! Scheiße! Ich hab kein Messer mehr! Oh! Ja, Entschuldigung! Achja, ich hab's ja weggeworfen! Aha! Komm! Es ist hinter dir gelandet! Scheiße! So, wollen wir jetzt mal auf Terroristenjagd hier gehen? Wo sind die Terroristen? Keine Ahnung! Ist das ein Terrorist? Nein! Bist du einer? Wir sind eigentlich Terroristen! Ne, wir sind Anti-Terroristen! Ja! Guck dir auch unsere Kleidung an! Wir nehmen uns auch die Anti-Terroristen! Finde ich ein Anti-Terrorist oder Terrorist? Ne, du bist Anti! Eigentlich soll ich... Ja, wir sind Anti-Terrorist, aber so wie wir rumhandeln, sind wir Terroristen! Nein, wir sind professionelle Leute! Wir sind Amateure! Wir sind Profis! Wie du schon gesagt hast! Lass uns aufräum gehen! Kopp, bop, 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 bop! Oh, das war sein Kopf! Kopp, bop, 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 bop! Nein, einen Schuss hattest du und du setzt den auch noch. Alter. Gangst du für mich? Das ist das falsche, dir. Oh, das ist doch das dicke, ne? Nimm das mal einhändig. Guck mal, wir sind jetzt Freiheitskämpfer, einhändige Freiheitskämpfer. Jaman. Freiheit. Hat jemand von uns den getroffen? Mal gucken, wie viele Mann da hinwerfen kann. Da-da-daa. Braucht ihr noch mehr, Marzine? Hier. Alter! Oh, warte, boah. Siehst du das? Wofi, wie hast du das gemacht? Warte mal, du hast einen magnetischen Bauch. Awww. Awww. Warte mal, ich... Oh, ich hab hier zwei gewohnt zu machen. Ein mobiles Waffenlager, ich auch. Wie machst du das? Ich weiß es nicht. Ich will auch. Wie machst du das? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Du kannst die Dinger auf Quick-Zugriff auf den Bauch legen. Voll geil! Guck mal, mein ganzer Bauch. Ich bin ein mobiles Waffenlager. Ah, da schießt jemand. Eine Welt angeschossen. Schießt. Alter, guck mal. Meine Güte, es ist wie Weihnachten gerade. Oh, ich glaub, ich kann nicht mehr. Wie seh ich gerade aus? Ich seh einfach nur Marazine und dann... WTF? Die Matrix. Oh, man läuft jetzt auch wie die... Wie du die Waffen hältst. So ganz vorsichtig so. Ah, mein kleines Bistelchen. So, ich will mal jetzt den Revolver ausprobieren. Wie man da mit... Also erstmal... Wir sehen unser Team diesmal. Alter, der Revolver haut rein. Heilige Scheiße, das ist ja ein One-Shot-Kill. Okay, vielleicht auch nicht. Okay, so. Er ist leer. Mein Revolver ist leer. So, wollt ihr jetzt mal sehen, wie man diese Scheiße... Kann ich eigentlich irgendwie die Granate entfernen, während ich eine Waffe habe? Oder muss ich... Okay, warte mal. Mein Revolver ist leer, ne? Also ich mach mir grad eine eigene Schutzweste. Du musst das... Ja, genau. Und dann jede Kugel einzeln. Aber dann... Und dann... Ah, man muss das halt so zuflippen. Das hab ich nie hinbekommen. Ja. Und? Wie auf der... Oh, Scheiße. Ey, man kann ja... Warte mal, wenn man nachlädt... Und dann die Waffe fallen ist, dann fällt man wieder alle... Lass man wieder alle fallen. Das ist ja scheitern. Kann ich eigentlich... Das wär's. Au. Versuch... Ja, versuch's doch. Versuch's doch mal, ja. Haha. Oh, Scheiße. 25 ist ja an. Haha. Entschuldigung. Schau mal seine Waffen. Seine ganzen Marazine fliegen da. Oh. Ich hab mein Messer verloren. Oh, hier komm ja. Ich geb dir ein neues. Ich will nicht sterben. No. Ich will nicht sterben. Nein, ich leg's dir hin. Ich leg's dir hin. Nimm's dir und sei glücklich. Hast du? Ne. Ich kann das nur nicht. Ich kann das nur nicht. Wunderschön, Bruders. Das ist Teamwork. Ich hab auch immer freut irgendwie. Bruders. Bam, 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 bam. Und ich hab schon keine Monee mehr. Hühnchen! 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 Was? Wie grad hast du denn... Nein, ich hab ein Hühnchen getötet. I'm sorry, Hühnchen. Shit ring. Oh, Scheiße! Nein, ich krieg meine Waffe nicht mehr aufgehoben. Nein, 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 nein. Gib mir meine Waffe, bitte, bitte, bitte. Die liegt zu tief. Nein, meine Waffe ist die Spawn. Nein, Alter, wenn man die AWP so abschießt, dann fliegt die an mir richtig durch den Raum. Geil. Oh nein, genau jetzt ist leer, natürlich. Oh nein, oh nein, oh nein, er will die Waffe. Scheiße, das ist aber nun, ich habe keine Ahnung, ich habe kein Magazin in meiner Pistole, wie ist das da kein Magazin drin? Alter, ist das ein Durcheinander hier? Von hinten. Ja, die spawnen hier alle. Man muss ja echt darauf achten, ob das Magazin leer ist oder nicht bei der AWP, ob der ja also wirklich eine Kugel nachlädt, weil hier ist nämlich jetzt keine drin. Cool. Ups. So oben? Ne, ich bin unten bei Dunding. Guck mal, willst du mal, guck mal, so lädt man die nach. So und dann einfach so rumkippen, neue rein. Und dann Dingens. Also du musst so drücken, knoppen, drücken, ne, und dann, ja, und dann halt umdrehen. Und die kannst du nicht zweihändig nehmen, das heißt, du musst da echt rumlaufen wie ein Bekloppt da. Und dann, so müssen wir jetzt wie Krabben an die Front gehen. So? Seitwärts. Und dann einfach so. Alter, das ist Exekution hier. Alter. Und dann stelle ich mal hier im Front. Wie der Bot hier einfach durchläuft. Hier, komm zu mir. Oh, wie die Todesmaschine. Exekution. Oh Gott, nee, nee, danke. Komm, komm, los, wir rennen jetzt hinterher. Nur nachladen könnte schwer werden. Hast du doppelläufige, doppel, doppel, doppelläufige? Ja. Ich hab sowas von, ich hab sowas von verschissen. Oh oh. Ey, wer von euch hat mein Magazin wieder rausgezogen? Ich stand miteinander vorn und hatte keine Muni. Fuck. Das ist nicht gewährt. Nein. Wenn wir im echten Militär werden oder so, dann würde ich solche hohen Kosten verursachen, weil ich nach drei Kugeln immer nachlade. Besser als zu sterben. Das stimmt. Oder besser als das Kollegen einem die Magazine rausziehen. Eine Spiegelung. Also das würde ich auch in so einem richtigen Spiegel machen. Ja. Oder einfach mal die Pins aus allen Granaten rausziehen und weglaufen. Warte mal, darf ich mal versuchen, mit deinem Messer zu nehmen? Versuch mal. Oh, gut. Ich glaube, das geht nicht. Dann ist viel nochmal. Ey. Ey. Ey, gib mir mein Magazin wieder. Alter, ey. Ich bin noch gut an dem, dann nehme ich jetzt ein neues. Ey, Furtis. Furtis, ich hab unbegrenzt, was davon. Wir können das den ganzen Tag machen. Okay. Guck mal auf dem. Hier, nimm noch ein paar. Nimm noch ein paar. Ich hab mehr davon. Ich hab ein Magazin von dir in mir. Ach so. Oh, scheiße. Ich hau hier alles um. Hier willst du mein Magazin haben. Ja, ja, danke. Ach, scheiße. Hallo. Ich habe ein paar. Ich hab ein bisschen Angst. Untertitelung des ZDF, 2020